Wir haben eine gute Landschaft und wir sind jetzt im Moment, ja, ich muss sagen, einfach auch so ein bisschen dabei, einfach gut nachzuregen, nachzuregen. Bei dem Spiel gegen Dänemark in Rostock. Und dann haben wir noch eine zweite Trophäe mit dabei. Genau, und ich habe einmal für Lena Oberdorf Deutschland Niederlande. Jawoll! Also, ich würde mich noch kurz vorstellen, ich bin die Kabel. Ja, 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 ja! Hey, 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 wow!